ja die böse ist zu mir gar nicht die ist nicht nett, die ist böse ihr Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung 420? sicher ok bereit lassen wir noch ein bisschen Musik im Hintergrund laufen ja na ja nicht wundern, ich habe die gleichen Videos jetzt aufgenommen also die gleichen Let's Playsets wie Dustin aber bei Dustin wollte ich das dann nicht aufnehmen deswegen nehmen wir das jetzt einfach nochmal auf ja und ich wundern, wenn das jetzt nicht schon anders ist und der liebe Optik Gamer schaut uns zu wie du das nennst hast Fame Wunder Fame Fame ja da wieder das ist krass ein richtiger Fame geflogen da hat doch etwas hingewiesen Flameshow richtige Flameshow ja 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 vielleicht ist etwas verloren vielleicht ist etwas verloren und vielleicht ist etwas verloren geflameschoben hier geflameschoben 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 das denn du hast Schluss mit deiner Reifen oder? ja ach fahrt also nicht scrollen ich hätte eigentlich auch umgeflogen geflameschoben aber schreit auf nicht weil du ruhig hast wie immer ne? ja wie immer gerne uiuiui da habe ich dich ab ne? oh ich fahr über meine eigene Anhörung drüber richtig krass ich habe alle 5 ausgelöst du kannst durchfangen soll ich vor uns viel warten? ja sehr hundert ich bin schon längst wieder durch wie schnell es einfach geht ich habe auch ein kurzes Wind der kurzes und du bist böse du hast es auch gemacht also ich dachte es auch du hast mich dafür an meinem Video getrollt ja hab ich ja durfte ich das denn nicht? nein eigentlich nicht hab ich schon beschlossen böse böse komm ja finny du eigentlich willst du auf deiner Annachtung nicht mehr ausgerichtet werden? mhm sonst hätte es eigentlich drauf gegeben ja damit ist das erste Rennen am Ende aber die Leute wir sehen uns weiter das weiße Map weil wir uns wieder nicht abgesprochen haben ne? ich quatsche immer rein ja wir haben uns nie abgesprochen werden die auch nie machen das wird aber wahrscheinlich auch noch so öfter ich bin wahrscheinlich die tun freundlich für Bender Bär hier ich bin sozial und überfreundlich gegenseitig zu dir das ist nicht 58 keine Ahnung also von 0 bis 100 1 3 4 keine Ahnung 3 5 gar nicht alles klar na schaffst du es heute mal ohne Schummeln ja das glaubst du nicht ohne Schummeln schafflich nein siehst du ich hab gelogen also nein nein das ist noch nicht erst erst es gibt es noch nicht ja dank dir kannst du jetzt wieder nicht fahren dieser dieser tryharder ich bin so ein tryharder ja ich bin so ein tryharder 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 ich muss meine Arbeit an der kommende die kauf baby ich bin so und das ist wie immer ich wollte es wollen ey Ben da, du sollst den Lasten ficken hat er gesagt nein danke hat sein Bruder gesagt nein danke sie hat gesagt nein danke ist doch besser so nein danke oh er hat gesagt du krieg ohne was hat er jetzt gemacht danke die tat nicht besser als ich ja kommst du da hoch? noch nicht hoch ich komm nicht mal ansatzweise danke ne ich tutsche immer runter ich komme wegen dir ja klar ich flieg zu weit der kann aber auch nicht abschätzen wie weit fliegt der Mapersteller bei der Map also ich bin drauf gelandet und jetzt? wo soll ich denn jetzt hin? fall nicht runter ich will nicht runter fallen also ich hab's da unten ist der nächste Punkt ich glaub's nicht ich glaub's nicht shit ich land auf dem Dach irgendwie lol ja okay super vorklasser aber scheiß drauf ich will nicht einschätzen ich will nicht einschätzen wie die verdammte Fenster entfangen hat ich will gerne wer verlieren sehen ich will gerne wer verlieren sehen sie sehen wie sie verlieren sie sehen wie sie verlieren oh man die sind da nicht hoch oh mitleid jetzt sind voll ja mitleid brauchst du auf jeden und du gebrochen hast du ja nein doch nein ich hab deine Schäden aha mann das ist moll beim sechsten im Spuk gelandet und auf irgendeiner Dachhälfte gelandet ich weiß nicht ich bin immer noch bei diesem Zeichprung kommt da nicht runter jetzt kommt die uns hoch dann kommt die runter ok 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 das wird dann ja vielleicht auch bei mir hast du es eigentlich geschafft ok ja ich hab's geschafft auch ok oh ich schritte nur halb einmal ich weiß nicht ja 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 nein warte mal noch 眉 oder und ich habe leser jes wow da sind ja im engels juell schreiben regulatory in der woher ja versprengen wir den ganzen Weg pack die Röhre die sprenge ich jetzt hoch scheiße aus Leute die Strache ist zu gesperrt noch mit Röhren Strache freisprengen Mars ist frei aus hast du ein bisschen was drin ach ich sollte mich schon zu ungewandert was drin ist mir so rasch ja 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 genau so wie bei mir wird sie verlinkt auf jeden Fall in der Video beschreiben auf jeden Fall und Ciao Leute